Murat! Murat, steh auf oder ich schneide deinen Bart ab. Wohin gehen die? Sie müssen meinem Sohn helfen. Er sitzt im Gefängnis, ganz weit weg. Aber ich glaube nicht, dass er was gemacht hat. Ihr Sohn befindet sich gerade in einem rechtlichen Niemandsland. Was läuft der? Und da ging der Amerikaner kämpfen. Was? Er ist kein Taliban. Er sieht aber so aus. Und was ist du aus? Meine deutsche Friseuse. Sie wollen die Amerikaner kämpfen, weil sie Türkei verlassen wollen. Und was heißt Rabia Kurnas vor ist George W. Bush? Dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klarst. Wer? Ich? Ja. Ich? Ich? Untertitelung des ZDF, 2020